Yo, willkommen zu einem Video Brahala Wir spielen heute Brahala, geiles Game, krasses Game, kostenlos, auf Steam Ja, let's go 3, 2, 1, GO Ja, ja, ich fahr jetzt mal runter Übrigens Leute, wir sehen uns hier nicht krassen Pros, wir haben eine Runde vorher gespielt, aber nur wieder im Kratzer Alter, nein, du hast mir die Waffe geklaut Ja Junge, Alter, guck dir meine Fäuser an Ich wollte das doch klarkommen hier, Alter Oh Gott, er hat den Dildo Ja, er hat den Rega Dildo Er hat den Dildo Alter Boots, Digga Ah, alles klar Bam Junge Was ist das? Ich komme selber mit dem Attack nicht klar Wir treffen uns auch nicht Außer du natürlich Tschüss Haha Ich habe zu schreien, aber Ja, ha ha Haha Gute der Riesen Dildo rettet mich halt immer Die Rakete ist einfach zu geil Tschüss Hahahaha Diese Rakete, Alter das kommt der spitze man kann sich manchmal nicht treffen tschüss nein ich hab's zu scheiße ich hätte es eigentlich nicht geschafft aber ich hab's zu scheiße genutzt nein wie trefft man sich nicht trefft auch was mach ich denn was mach ich denn richtig dumm alter Junge wer kennt's nicht so ein riesen pferd was aus dem nix kommt nein ich war grad helikopter alter ey ich bin ja so kacke ich bin ja so scheiße in diesem spiel alter ne nein das ist aber auch nicht leicht alter jung man trifft aber nicht Junge treff dich nicht du hast voll range alter ich spiel gar nicht ich spiel gar nicht nein nur das ist ein halber weiß ich nicht Eiffelturm Eiffelturm ja ne alter ne der höre auf alter das ist halt auch so dumm von mir dass ich runter falle bitte fall runter nein ne nur als wenn ich auf so nem besen reite das sieht so dumm aus ja das ist so dumm ich weiß nicht warum ich das tue wie das funktioniert das spiel das ist so komisch nein 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 das ist so unfair ne ich kann nicht auch mit nem dildo reiten hehehe du kannst halt bist halt nicht so krass so ne dildo reiten oder so alter tschüss nein oder AHAH das ist so unfair ich baller mich halt immer selber runter ne ja als ob ich das schon wieder nicht geworfen hab ja verpiss ihn mal nein oh ey ich könnte aber nicht mehr doppel springen ja es war dein glück dass mein besen nicht mehr da war nein nein ha Hä warum triffst du mich immer ich glaube es liegt daran wo du mit der maus mit dem maus das denn gehst echt ich seh aber meine maus nicht da warum warum fall ich denn immer runter es ergibt keinen sinn hm doch das ding ist du gehst einfach so nach vorne geh weg mit dem dildo alter nee alter das das ist doch was soll ich denn da machen ich mach voll die kombo immer alter darf ich wenigstens ne waffe du musst dich selber holen du musst dich selber holen dildo ach den triffst du mich ja noch hä klick jetzt nur noch klick jetzt nur noch soll aber nur noch klicken vom bein sein alter aber nicht will ich retten ich fall selbst immer runter ich hasse es ich habe mich nicht mehr hättest du mich jetzt gekippt erstmal diesen held zu verstehen das ist voll schwer das ist so unfil alter ich hab mich gefickt ich hab mich gefickt man richtig gefickt ich hab mich gefickt ich hab mich nicht mehr selber gesehen alter ich verliere einfach den Überblick manchmal komm hol dir die waffe komm hol dir die waffe nein 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 ich hasse es ja oh mein gott als ob junge drückst du irgendwelche special tasten oder so ne ne ich treff dich nie hä das ist so unfair jeder hat jede Waffe hat so sein seine attacken krass guck mich mal an du 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 tschüss vorweg das war immer noch 1,5 mehr also ein leben aber Alter danach spielen wir schneeball das ist so klar ne warum sollten wir schneeball spielen das ist doch voll der Lappenmodus ich möchte das normale spiel erstmal spielen bevor wir die extra modi spielen das ist das spiel junge nein das ist auch ein ganz normaler spiel nein ist es nicht natürlich ich möchte aber den Standard-Spielmodus erst mal spielen wir haben keinen Winter das ist nicht mehr der Standard-Spielmodus ja das ist glaube ich das Spielprinzip, dass man sich mit Stäbern abschießt wir können auch mit Bomben abwerfen ne das ist auch Lähm außer es sind Atombomben, das ist ok aber so nicht ne das ist bestimmt keine Atombomben Junge, find doch nicht die ganze Zeit weg halt, ich muss ihn mal jucken er guckt halt auch nicht zu dir oder so ja komm Alter scheiße, nein, will ich nicht ich flieg einfach weg ich wusste schon immer, du ist ein Horst geht doch, ich weiß halt eh, dass du schaffst ja, das ist wohl dumm Alter ja komm, schau ab Alter ja genau ja genau ähm Alter, so machen wir uns das ist ja zu hässlich aus hast du es denn auch, ja? guck mal, Junge, es ist super und wer das ist das Punkt Spiel im Prinzip halt, ne? ja endlich Alter Hauptsache du hast halt immer mehr Punkt als ich, aber du heulst immer rum das ist halt einfach richtiger Lappen Junge, aber du triffst mich einfach viel mehr ist das immer so du hast so aim' ich sag dir, du hast so aim' du hast so aim' so aim' Alter du hast so aim' wieso hau ich... ich versteh' es nicht der rennt halt auch immer weiter ich kann's auch nicht abbrechen wenn ich's nicht abbrechen kann, dann kann ich nicht abbrechen Ja ne ist klar Du hast immer noch 2 AP mehr, also Verschwör dich jetzt nicht. Ganz ehrlich, bist du dabei jetzt? Du heulst auch nur rum bei jedem Spiel Ist egal was ich bin Das ist ja das... Das Spiel ist voll scheiße Ne, du heulst rum, weil ich immer besser bin Oh, Raketenwerfer, ne Das ist das Pferd, alter Ja komm Du hast halt nicht gesehen wie meine Attacke aufgeladen wurde, ne? Ja, das ist so Geh weg, Alter Ich drück die ganze Zeit einfach nur Na endlich Shut down Shut up Du bringst dich die ganze Zeit selber um Ja, ich weiß Komm, komm, krieg ich nur so ne Kacke Also mit dem Bei dem Ding zu mir, dann schleudelt die es einfach nur hoch Ja, keine Ahnung Die ist weg, du schieb, Alter Dein Dreckspferd, alter Geh mal Nein Tschüss Ja, ich glaub, das kommt mal ein bisschen mehr raus Aber nee Oh, das war Aber ich heul rum, ja, du sagst auch die Hä, ich sag halt alles klar, und? Was ist denn da noch nicht für fünf? Ja, was hab ich gesagt? Du so, halt die Fresse Deine Jacke Deine Jacke Ich bin irgendwie so ne Fee, alter Didi Fee Didi Oh, fuck Ach, wenn man rechts klickt, dann macht der auch noch so nen Boot Geil, wusste ich nicht Alter Ich weiß jetzt nicht, ob die Maus jetzt Mann, ey, ich wusste nicht Ach egal Spiel jetzt die Maus eigentlich ne Rolle, oder? Keine Ahnung Deswegen so tötet ich dich halt meistens selber Ja, ist halt so Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt, Alter Ich kann halt auch immer nicht weg Was sind halt diese scheiß Attacken? Ich bin einfach seit 15 Minuten Ha Hä? Du hast doch noch gar nicht die Rundenzahl erreicht Was für ne Lübe, alter Ne, noch mal spielen Hey, wir haben aber nur 15 Minuten gespielt Nö, du machst bitte eine Stunde Okay Okay